Jetzt musst du tatsächlich schneiden. Eine Stunde, 16 Minuten ist ein bisschen lang für ne Folge. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Das ist aber der, genau der, der gesagt hat, ja, aber dann erinnern wir dich noch mal so nach 20 Minuten. Ja. Ja, das ist ne gute Idee. Hä, das hab ich nicht gesagt. Doch, ey, die war das bestimmt nicht. Ich hab's auf Video. Doch. Doch. Ich kill hier beim Holzfällen mehr Tiere, wie ich jetzt gekillt hätte, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ich komm nicht mehr nach Hause, weil ich nicht mehr weiß, wo ich lang muss. Hier auch noch irgendwas rum. Denk doch mal her. Wir haben zumindest ein Dach. Das hat doch erst ne Stunde, 14 Minuten gedauert, das Dach. Ey, lass doch die Folge einfach so. Dann haben die Zuschauer was zu gucken, dann denken die, ach guck mal, jetzt kommen eine Stunde 40 Folgen. Die Feuerwehr. Und dann, und dann kommt, äh, bei der zweiten Folge der, ähm, hier, wie heißt, dann kommt die Enttäuschung. Nur noch ne 10 Minuten Folge. Die Enttäuschung hab ich jetzt schon. Ja, warum? Mein Haus ist super. Haha. Auch kann dieses blöde Reh mal stehen bleiben. Muss sie anschleichen. Ja, das sagt sich so leicht. Mit der Strögetasse. Das sagt sich so leicht, wenn du es aber nicht siehst, ne? Wenn du es nicht siehst und ihn mitten in die Fresse rennst, ne? So einfach so mitten rein. Wenn du es nicht siehst. Wenn du es nicht siehst, woher weißt du dann, dass es jetzt da war? Der Wald hier wegrennt. Wenn im Wald ein Baum umfällt. Wer sagt mir, dass er das davor schon gestanden hat? Wunderschön, Kenas. Wunderschön. Wenn man das von der Hütte sagt. Sag, dass man den Förster, der dich beschuldigt, den Baum da gefällt zu haben. Kannst du bezeugen, dass der da schon stand, bevor ich den gefällt habe? Okay. Ich glaube, ich stehe im Wald. Ich, ähm, weiß jetzt schon, wer sich gleich woanders ein Bett macht. Hä? Ich werde jetzt eins der drei Betten, ne? Wenn ich hier einmal abreißen müssen. Achso, wurde gepupst. Hä? Ne. Ich mag mich nicht, wenn ich mich rausschmeiß. Hä, doch nicht du. Achso. Eher mich. Ja sicher. Ey, ohne Witz, ich habe keine Ahnung. Ich habe 800 Holz, mehr als 800 Holz mittlerweile gesammelt für die Hütte. Und jetzt werde ich rausquartieren, nachdem es fertig ist. Sehr schön. Richtig. Ich bin der einzige, der das Holz sammelt. Und dann bin ich rausgeschmissen aus dem Ding. Genau. Hier, nochmal 150 Holz. Ja, dankeschön. Wir behalten dich so lange, wie wir dich noch brauchen. Ja. Und jetzt brauchen wir dich nicht mehr? Kannst du auch gehen. Richtig. Tschüss. Tschüss. Da ist dein Strohbett. Nimm dein Stroh und geh. Nimm deine sieben Sachen. Also liegt da doch Stroh rum. Ja, okay. Schau die Maske auf. Ja, genau. Äh, es ist noch keine 20 Uhr. Wenn du dazu sagst, dann wüsst du dich sofort. Aber das kann ja auch sein, dass du einfach nur mit einer Maske gehst und eine Frau, die Stroh im Keller hat. Ja. Ja. Du bist jetzt normal. Ja, ganz normal. Ich hab auch hier Stroh liegen. Wir haben heute keinen Wald mehr. Na, mal probiert. Ja, was willst du denn? Das Haus steht doch. Aber schluss hier. So, Haus steht könntest du ja auch ausmachen, ne? Komm. Ich spiele doch noch ein Rübschen Gold mit und dann geht's. Ja. Wir sind fertig mit Spielen Ach scheiße, wir haben kein Feuer Ich habe auf einen Vogel geschossen Aber einen Baum gekillt Wirklich gekillt Da ist ein Baumstamm oben Wo ich nicht drankomme Dann reißt das Häuschen ab Ich versuche zurück zu kommen Oh cool, ich habe eine Buche gefällt Äh, eine Birke gefällt Das geht eigentlich gar nicht Ja, äh, wunderschön Das funktioniert nur, wenn du andere Bäume Auf diese Birke drauf plumpsen lässt Geil Ich brauche Fleiß Ja, ich auch Fleiß kann man vortäuschen Foul muss man schon selber sein Ach wie schön Was willst du denn jetzt Da Was willst du denn Ach, das ist ein Reh Das habe ich schon gar nicht gesehen Auch du jetzt überhaupt noch Holz Oder mache ich das gerade alles umsonst Ne, ein bisschen brauche ich noch Aber dann kannst du glaube ich Auch aufhören langsam Yay Da ist er glücklich, dass er jetzt aufhören kann Das ist er Das hat er so sehr gerne Ja, dann können wir die Werkbank upgraden Und den ganzen anderen Mist Kommst du da an das Holz dran Was da oben schwebt Ja Man kann springen in diesem Spiel Ach so Sag's aber keinem Nö, mach's nicht Okay Halt das alles für mich Das ist ihr dreckiges Geheimnis jetzt Eins der dreckigen Geheimnisse So, Feuerstein und Holz Na als Was sind doch für Geheimnisse Äh, willst du Willst du die Werkbank upgraden Oder soll ich das irgendwo hin basteln Ne, mach mal lieber du Ich krieg's sonst nur ein Mecker Äh Ja, also Wir haben ein bisschen wenig platzen Ne Scheiße Das Gemecker kennst du doch von zu Hause Du kannst das auch außen Du kannst das außen hinstellen Übrigens Das ist nicht egal Das muss nur in der Reichweite der Werkbank stehen Ja Okay Wie komm ich denn jetzt hier nach Hause, Mensch? Duki Na, guck mal hier Fleisch Ich hab drei Fackeln in der Quickbar Da fackelt ich nicht lang Guck mal, ich bin hier irgendwo im Nirgendwo Boah, lecker Das ist still Eicid Zitrone Ich glaub ich hab das seit 20 Jahren nicht mehr getrunken Sind denn die ganzen Feuersteine? Hab ich Achso Hier Warte Hier Dankeschön Bitte Nicht verzagen PP fragen Das würde ich niemals tun Ich weiß So, ein bisschen Deko So, sag wenn du hast, dann So, hab Sehr schön Yay, upgrade Erstmal mit dem Bogen upgraden Ich hab grad ein zweier Hirsche killed Das war lecker Das war schön Uh, was er jetzt gemacht Schlimm, wenn die Hütte abgerissen ist Kannst du uns nochmal upgraden die Werkbank auf Stufe 3 bereits? Das wäre super Superior Er hat Bogen nämlich gleich auf Stufe 3 upgraden Wie geht das denn? Du hast jetzt, was hast du gerade gebaut? Du hast gebaut Ich hab den Hackklotz Dann Gerbergestell Das waren sie Lederreste 15 Feuersteine Ich werd nicht heil nach Hause kommen Das hab ich hier nicht, dann muss Muss was einer von euch machen Hä, das sagst du Geh mal auf sieben Auf den Hammer Neben dem Hackklotz Achso, nee, hast du nicht Sammel mal Komm mal her Komm mal her hier Wie kann ich ein Gegenstände teilen? Ach ja Geh doch auf den Stein drauf Warte, warte Jetzt Sammel das mal ein Ja, dankeschön Jetzt hast du's, glaub ich, oder? Nee, hab ich immer noch nicht Uh, Feuerpfeile Äh, doch du's Müsstest du's jetzt gerne gelernt haben Durch das Hörschleder, oder nicht? Nein Warte mal Äh Irgendwas anderes vielleicht? Du musst sie mal durch die Hier, guck mal da Nimm mal das da Liegt auf der Werkbank Jetzt gelernt? Sonst klick dich mal durch die ganzen Items durch Und zieh die mal in dein Inventar Ja, viel ist da ja nicht Komm mal Ich werd auf jeden Fall nicht Heil ankommen Na, jetzt hab ich's Na, also Werde sterben Und Riker müsste mehr als genug Lederreste wahrscheinlich von der Jagd haben Ich sterbe gerade Ich bin jetzt am sterben Euer Stein, Lederreste, Fürs Fell So, ich bau mir mal ein Lotthelmchen Komm, schwimm schneller Ich weiß Kunde noch So, Feuerpfeile Yay Boah, Alter War das knapp noch drei Leben, ey Wieso sind da eigentlich so wenig Krauzwerge Beziehungsweise diese Graulinge? Ich brauch mehr Harz Waren zwei Millionen Bäume umgehackt Kein Harz Tja Frag dich mal warum Nicht mal Harz 4 Brauchst du denn das? Schön wär's schon Zusätzlich zu deinem Geld Was sowieso Feuer Boah, ich hab'n Vogel gelegt Äh, Jane, guten Abend Ja, heute ohne Kamera Ist glaub ich bei dem Game cooler Wenn ihr die Kamera mal haben wollt Dann kann ich's doch gerne anmachen Kamera Wir wollen das Wir wollen die Stoppeln sehen Wir wollen die Zinken sehen Mein süßes Näschen Geht so, ne? Ich bin sie voll fläschelter Sors, Server beenden Hä, heute? Schrie schließen Deinstallieren Freundschaftsliste entfernen Oho, ja jetzt hast du verkackt, also Oh nein Würd mal nixen Boah, ich hab'n so einer mit dem Knüppel gegeben Der wusste nicht mehr wo oben und oben Denk ich mir auch oft Wenn du mit deinem Knüppel durch die Wälder ziehst Ja Dann kommen da die einsamen Wanderer Du hast den da voll Die Rübe weg Das ist mein Jan Ja, irgendwie hab ich das hier verkackt Ich schau mir das mal an, ich bin gleich da Ich bring'n'n Gräuling mit Sterben wir jetzt? Wahrscheinlich Der Gräuling muss sich nur umdrehen Und einmal draufhauen Ah, es kommen endlich welche Yay Nein Wieso rennen die mal weg von mir? Bleib doch da Keiner mag mich Bleib doch Jeder fragt mich mal warum Was ist mit dem kaputt? Ich hab'n Ausdorben her Bleib doch da Ah, zwei Hirsche Scheiße Na Zeit Ui, jo Was ist das? Alter, was ist mit diesem Hä? Hier lag ein Alleingelassene Lederrest rum Scheiß drauf Komm War sehr einsam Es war sehr einsam Ich hab's jetzt mal aufgehoben Und es hat sich auf meinem Arm ausgeholfen Jetzt einen halben Kilometer Gescheiß Mir nachher gerannt Ich hab'n bestimmt PP Der ist alleingelassen hat Bestverständlich Der hat bestimmt gesagt so Für dich ist kein Platz mehr Tag 4 im Wald Ich wollen wir hier nicht Tag 4 im Dschungel Nein im Wald Wir kriegen Jetzt kann ich's nicht monetarisieren Hä? Zum Baby und PP haben sie schon wieder in den Haaren Hä? Riker ist immer noch auf Suche nach Essen Nicht hier in den Haaren Unglaublich Ah So Dann kann ich das ja jetzt mal kaputt machen Das kaputt machen Das Oh Okay Ich hab mehr kaputt gemacht Als ich wollte Ich hab'n keinen Platz mehr Das ist die Frauenzeit Kaum tropst du was Zack kommt der Staubsauger Jetzt hat er sich hingebeamt Was war Ja könnt ihr die Truhe mal leer machen Dann können wir die heraus Ich hab'n Platz mehr Neue Abstufung Äh Abstufung Aufstufung Geh doch mal weg hier Ich geh da jetzt dran Soll'n das So Wir haben das Wir haben das Wir haben das Wir haben Holz Wir haben Habt ihr schon irgendeine Kisten für anderes Gedönsel? Sind doch genug Kisten Kann hier noch Kisten hinmachen 2 Millionen Fackeln Hier 1000 Holz einstecken Wir sollten mal zu dritt Green Hell spielen Das wird bestimmt auch lustig Oh Gott Wär ich mir nicht so sicher Nur über jemand anderes Leiche Kann mich noch sehr gut daran erinnern Das ist ein super Platz 2 Minuten später war ich tot Wir waren super Platz Da gibt's ein Clip von Sag mal Honig Honig Der war 5 Stunden jagen Ja wo hat er das denn hingemacht? Hier nicht Nein Hier sind ja so viele Fackeln drin Entschuldigung Ich fackel nicht lange Sie werden nicht besser Nee Das liegt an der Hitze Jetzt 2 Millionen Grad in dem Zimmer Feuerstein Wenn ich das da dran hänge Kann ich da noch einsammeln Oh Gott Welt geht unter Äh Die Kisten wieder auffüllen So Auch ganz viel Fell 20 irgendwas Fell von Almen Das Internet schon wieder weg Das geht immer ja nicht Äh Ich sag Ich fälle gerade die letzten Bäume Danach kann jemand anders gerne Bäume fällen Ich hab keinen Bock mehr Ich glaub Ich fliege gleich wieder raus Ich kann mal ganz kurz gucken Äh Was ist es denn? Hallo? Ja ich bin wieder raus Holz hacken 26 Wenn jemand anders Holz hacken 26 hat Hacke ich gerne wieder Holz Alles klar Pepe? Pepe? Ja Pepe? Ja Kannst du mir Kannst du mir nochmal Vereins haben So Wir sind übrigens schon bei 100 Euro Aber gerne So viele wie du möchtest Du bist gar nicht mehr bei Steam Online Ja klar bin ich bei Steam Online Nicht bei mir Da muss ich mich Da muss ich mich wohl nochmal anmelden So Erneut anmelde So Komm Jetzt hau raus Ah jetzt sehe ich dich In Lobby einladen Uh was ist das denn? Warum kriege ich denn das jetzt hier nicht hin? Habt ihr jetzt alle eure blöden Fackeln hier rein In die Kisten gelegt? Ja die müssen auch irgendwo hin Unfassbar Soll ich den Fackel mit zu nochmal bringen? Äh nein Okay Sag mir Wenn es so weit ist Okay Ja? Nimm nochmal den Fackelwitz Ja Ich fackel da nicht lange Oh Ja Oh Ach ich finde ihn gut Der wird nie alt Wieso hat das Wieso hat das Haus eigentlich ein Loch Oder das Dach ein Loch? Frag nicht und leg dich hin Wieso ist das Feuer unterm Haus? War das den Sinn? Ja damit es nicht stört Damit der Rauch abzieht Ja das ist mir schon klar Wieso ist das Feuer unterm Haus? Warum nicht? Damit wir schlafen können Und damit wir da auch nicht reinlaufen So oder Lee? Ach manne kennst du Ich Ach guck mal da bin ich Wollen wir den Boss kennen? Guck mal da kommt er direkt mit dem Boss wieder an Ja Leute Ihr habt jetzt Ausrüstung Und was weiß ich nicht was Ich hab nix Och Harz Ihr müsst mich ausrüsten Musst du sagen was du brauchst Haben wir irgendwo Harz rumfahren? Oh ja Ja Oh je Hier ich hab Fleisch in die Kiste gelegt Kannst du dir mal ein bisschen Fleisch Also ne Waffe wär irgendwie schön Gut wir haben selber nur den Holzknüpp Also den kannst du selber craften Wir haben ja jetzt noch nichts irgendwie was anderes Also ich hab Wir haben Bogen und Keule im Moment Also Ja ich hab keinen Bogen Und du stehst Hallo Ich will auch an die Werkbank Danke Man kann zu zweit an diese Werkbank gehen Die ist groß genug für uns beide Nein Du hast mich immer weggedrückt So Nein So Ich hab keine Lederreste Ich brauch jetzt Lederreste Hier Spaß Da liegen sie Zehn Reicht für den Bogen Jetzt kann ich mir meinen Bogen nicht mehr upgraden Weil ich dir die gegeben habe So nett bin ich So Werkbank Werkbank Stufe 3 ist jetzt bereit Hallo Ja dann mach ich jetzt Ganz viele Pfeile und so Und benutzt es nicht Gib mir mal Lederreste Hallo Hat noch jemand Lederreste? Leute? Ja wir haben es gehört Nein hast du anscheinend nicht Doch du willst die Werkbank upgraden Ich hab sie schon geupgradet Ja hast mich zugehört Raika hast du noch Hast du noch Fälle Äh Lederreste Guck doch in die Truhen Dann siehst du es Ähm Nö Links Ah oh Perfekt Upgrade Bogen Stufe 3 Hallöchen So Wo sind hier Lederreste 6 Bucht doch fast voll Äh Da kommt die rein Da kann das rein Da kann das rein Sollt ihr euch nicht mal euer Bett claimen? Ich hab mal eins schon Ich hab das linke genommen Ich kann mal wieder hier in nem In der Mitte Du schläft in der Mitte Ja So Ähm Ja wollen wir dann den Boss killen Oder wie? Auf geht's zum Boss Hi Das nützt sowieso nix Da kann ich ja auch gleich Weil danach können wir halt Achso danach haben wir die Spitzhacke Pipi Guybrush Hast du die Hast du Holzpfeile Brauchst du Holzpfeile Ich hab 100 Feuerpfeile Die reichen mir Jaja Ich hab auch Feuerpfeile Deswegen brauche ich nämlich die Holzpfeile nicht mehr Gar nichts upgraden Ich kann nochmal Holzpfeile Können auch nochmal bauen Was kosten denn Was waren denn hier Die Feuersteinpfeile Ach Federn Wo sind die Federn hin? Ach ich brauch 10 Holz That is it Haben wir noch Feuersteine? Ja in irgendeiner Kiste Ich glaub ganz links Ne das sind nur normale Steine Dann haben wir keine mehr Hier in der ganz rechten In der ganz rechten Ja da bist du grad dran Ja da bin ich gleich raus Ähm Was wollte ich denn jetzt? Genau wenn wir den ersten Boss nämlich haben Dann haben wir drei Spitzhacken zur Verfügung Das heißt dann können zwei losziehen Und können äh Dings machen Ähm Hupfer Und Zinn Mhm Aha Ja Und dann kann einer weiterbauen Vor allem kann dann einer das Gelände begradigen Entschuldigung das ist super gebaut hier Ich weiß gar nicht was du hast Wer? Ich find's hübsch Ja Was ist das denn da vorne? Ist da jemand ein Haus gebaut? Hä? Das stand da schon Das stand da schon Nein Das stand da schon Das ist doch aggressiv Alles klar Oh Oh da sind Bienen Aua Ich bin tot Nein Ich bin nicht tot Du hast nicht mal Leben verloren dabei Doch hab ich wohl Der war nicht viel Und willst du Boss? Ja warte ich muss noch was essen Gut Wir können Von mir aus Dann laden wir mal den guten Feuerpfeil ein Aber kein Fleisch mehr hier So wer stirbt einen kurzen Wir brauchen noch Wir haben nur drei Jagdhoffällen Kann das sein? Von Hirschen? Das müssen wir nicht glaube ich Oder reichen drei Weiß ich ehrlich gesagt nicht Ich bin der Mann drei oder fünf Warum fünf? Weiß ich nicht Das ist eine schöne Zahl Das ist doch ein Hirsch oder? Ne ist ein Wildschwein Okay Aber nicht mit den guten Feuerpfeilen Uns auch die normalen 81 Schatten Hast du jetzt alle Feuersteinsteine genutzt Um dir Pfeile zu machen? Selbstverständlich Ich brauche auch welche Ja Ach ich so schon Hier ist nix Hier ist nix Hier ist nix Hier ist nix Das ist echt blöd Na Kommt ihr Also braucht ihr noch Zeit oder so Dann mach ich irgendwas anderes Weil ich bin schon In Richtung Boss unterwegs Hallo Warte doch bitte Ich wollte nur Ein bisschen Fleisch Eben machen Ach Die Künste waren auch Schon mal besser Ich kann die Kisten Nicht mehr aufmachen Das ist dann schlecht So Okay Genau Irgendwo ein Hirsch Hirschies Wo seid ihr denn jetzt hingelaufen? Ich bin beim Boss Das ist doch ein Hirsch Männer Männer Er war ein Hirsch Schlimm diese Männer Ne? Ja Aber der Hirschfeier Was denn da? Ich brauche immer noch Feuersteinpfeile Pp Ja dann Geh doch schnell ans Wasser Und hol dir Feuersteine Geh doch mal schnell Und zu Feuersteine Die liegen ja auch rum Ja am Wasser Die liegen da wirklich rum Ja aber nicht Fahne Gelbe Schadenszahlen Weisen auf eine Schwäche hin Graue Zahlen Auf einen Widerstand Aha Jetzt wird diesen Hirsch kaputt Ich finde hier Nixen Ich frage mich Wieso hier eine Nixe gerade war Nixen mit Nichten Ja ich lag der Server Weil ich konnte die Kisten ja auch nicht aufmachen Eigentlich nur bei WorldSafe Wo es ruckelt So Hörschi Hörschi Wo seid's hier? Pp Pp Ich komme So ich bin beim Beschwörungsding Soll ich schon mal killen? Ich hab mir Hirsch Soll ich schon mal killen? Sack tot Glaub ich denn da überhaupt hinterher? Ja ich war zu langsam Vogel 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 Durch den Busch Durch den Busch Was? Oh Riker Stehen bleiben Ich näher komme Ich bin doch gar nicht hier Nein das bin ich Achso das ist so Bibi Ich bin immer noch am Feuerstein Pfeile machen Great shot Great shot Nächster Wenn der jetzt auch noch alle Federn genommen hat Ich hab alle Federn genommen Zwei Hirsche gekillt Yay Die hab ich gesammelt Ich hab 10 Millionen 4 getötet Ich hab nicht alle Federn genommen Doch ich hab alle Federn genommen Sorry Die sind doch im Inventar Sorry Das war echt keine Absicht Naja da müssten halt 50 reichen So Ich kann dir noch Pfeile geben Ich hab ja welche dabei Ich glaub eh nicht Dass wir so viele Pfeile brauchen Ich muss noch mal rein Denn ich brauch Essen Dass das so schnell weg geht Das Essen Das kann man ja auch nicht sein Eigentlich oder? Der hätte meinen Knüppeln noch verstärken sollen bei euch Nee der ist weg Boah ich hab den zweiten Boss Hab ich so gehasst Der ist aber auch Der wäre auch kacke Vor allem wenn der immer Seine Dinger da geschossen hat Und dann hochgegangen sind Da diese komischen Dinger 28 Minuten meines Lebens Seien mit dem Tybi gekämpft Weißt du Giulio Zu dritt wär's vielleicht einfacher gewesen Wir sind da alles alleine Nee Das kannst du aber auch selber denken Dass das nicht einfacher geworden wäre Hm So Ja ich bin noch unterwegs Bin gleich da Samples so lange Feuer für Steine ein Ja will ich dir auch raten Inventar ist noch Platz Was ist das friedlich hier Warte mal ab wenn wir kommen Ja das hab ich befürchtet Ist mit der Ruhe hier ganz schnell vorbei Was ist los Hallo 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 Ja ganz viel Achso fertig ist nicht Aber groß Jetzt über 20 23 Nee ich brauche Fertiges Hab ich 5 Das reicht Zumindest für den Bosskampf Sollte das reichen Denk ich mal Ja ich brauche jetzt was So Ich übrigens auch Jetzt Ich hab dir die ganze Zeit Du hast mir vormereitungen Essen geht weg So Passwort 1,2,3 Wie mehr haben die nicht an Loot War auch dürftig Das ist neuer Girokonto Pin 3x die 0 Ne 4x die 0 0190 Was ist denn ein 0100 Wahrscheinlich stimmt diese Zahl noch Ja 0190 338 338 Jetzt weiß sie endlich wer das eingesprochen hat Zum Baby wäre glaube ich gut als Flugbegleiterin Bitte nehmen sie ihre Plätze ein Im Falle eines Notfalls Fragen sie denn mich Bitte haben sie keine Angst Wenn Sauerstoffpasten Vom Himmel fallen Vom Himmel fallen Hab ich den erwischt Ich hab den erwischt oder Ja im Lauf erwischt Im Lauf Ich komme jetzt mal Ich glaube du wärst so eine die sagt Wenn das Flugzeug abstürzt Machen sie die Türen auf Dann sterben wir schneller Wahrscheinlich Jetzt wird's nebelig und dunkel Das ist ja super für'n Boss Ist es endlich vorbei Können wir wieder nach Hause Ja so guck mal Ich sitz hier seit einer halben Stunde Und warte darauf Dass irgendwas passiert Seid ihr beide da oder wie oder was Ja Dann sag doch was Ich brauch Fleisch Ich bin ja nach wie vor im Hirsch rumprügeln Nee ich brauch Fleisch Ja kann ich dir nicht mehr helfen Okay ich hab schon doch nicht Oh wei Bleib da Jetzt wird's dunkel mann So egal der Hirsch kann ja Blitze schießen Der Boss Achso dann wird's heller Ja irgendeiner wird schon Feuer fangen von uns Ich weiß schon wer Ich nicht Nein Da fällt mir auf ich hab gar nicht mein Mikrofon angeschlossen Oh mich dass das funktioniert Ist ein Fall für Ayman Abdallah Was für ein Ding wer Wer Na Ayman So Hier bin ich Was wollt ihr jetzt Ich auch Fleisch Ich auch Fleisch jetzt Hallo Gib jetzt Fleisch Hallo Jeder eins Ich hab nur noch drei Jeder eins Jeder eins Und hier der nächste Geh mal weg da Hallo ich hab keins bekommen So jeder hat jetzt eins Glaube oder Nein ich habe null Dann ist hier eins Eins hat jetzt noch getroppt Mehr hab ich nicht Könnt euch drum schlagen Wer zu viel Fleisch hat Wer zu wenig Ein bis acht Gegenstände anbieten Ich hab die Hirsch-Trophäen da Ja dann biete jetzt an Ja können wir Ja Wir sind Ja Hier zum Baby ist halb Leben Hat nur halbes Leben Das ist Ich weiß nicht Ja Ja ich heile Wenn's euch egal ist Ist es euch egal Also mir egal Es heilt doch Mach jetzt Na gut dann Wo ist er Viel Spaß Wo ist er Oh lila Da wird er gestoren Nein tötet ihn nicht Ist hübsch Au Er brennt Hallo Hallo warum ich Alter ey Alter Ich sterb hier gleich noch Glaube ich Warum brennt der? Weil ich Feuerpfeiler habe War klar dass du wieder hier Luxus equipart Ja ne Was ist er ist Luxus equip? Ihr könnt auch irgendwas tun Wir schießen drauf Ich hab ne Stunde Holz gehackt Ich hab ne Stunde gebaut Ich muss kaputt hier sein Das beste Team ever man Der alter hockt im Knüppel drauf Au Aua Ich sterbe hier und ich hab kein Essen mehr Jetzt hab ich daneben geschossen Oh 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 er will mich Er will mich Wo rennt der jetzt hin? Oh Gott Er kommt Uh kommt Treffer Ah warum ist er mit ich? Höhöhöh Häh schon MultiKill Ach nimm das überhaupt was wenn ich auf den drauf schieße? Ja der ist schon bei ein Viertel leben nur noch wir brauchen ausdauer oh mein gott schon pass auf die länge erzielt es die länge erzielt es desto mehr schaden macht übrigens hallo wie habe ich mehr leben als vorher okay jetzt nicht mehr nein 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 mit der 1 warte ich teile sie immer brüderlich unser luft staubsauger warte hier 1 und hier das nächste wer hat noch nicht dankeschön wir haben den kopf eingesammelt den kopf brauchen wir den müsste muss die aufgang werden ich habe keinen kopf jetzt werden den kopf ich habe keinen kopf hat er kein kopf gespawnt doch muss der kopf sporen er wusste hat muss jemand im moment haben ich habe keinen kopf ist der kopf wir müssen jetzt hier mal suchen kopfi kopfi wo ist denn der schädelchen wo ist er denn gestorben da oder irgendwo hier in der ecke ja toll soll der nicht auch leuchten muss ich habe ist eine hier strophe während das zum ding hin der polis ist nur für mich natürlich ist es eher eher den kopf und ich suche hier wie so ne dafür habe ich jetzt meine facke geopfert mach mal pvp an wächter geopfert auch jetzt ist der hugin wieder hier komm geh mal kriegt doch eh jeder ja der spaß war es mir wert ein bisschen spaß muss da auch sein das hier ist kein spaß hier hast du ernst wo denn ernst hier wird ein feuerpfeil geschossen das geile ist ich sag so warte ich mache pflicht jetzt bin ich alleine hier alter hast du das gesehen ich hab das einfach getroffen ich hab das getroffen ich hab einfach aufgeklügt dahin geschossen leider hat das kein ähm kein leder hier du darfst nicht sagen du hast doch ausgeklügt hingeschossen du sagst ich bin der ober mega krasse bogenschütze das war absicht da kommen die grau zu lassen wie kann ich mir jetzt hier den wächter wächtern hallo welcher knopf ist das e drücken beim kopf und dann f f lange drücken aber das hat 20 minuten uplink zeit wenn du es jetzt drücken willst dann drück es so äh weiterer tagesplan jetzt schnell was weiterer plan ich würde jetzt gerne auch mal ein paar sachen sammeln ja dann ich muss noch was verändern wegen diesen dingen also wir brauchen jetzt zwei wir brauchen einen der zins sammelt wir brauchen einen der kupfer sammelt wir brauchen vielleicht einen der nach wie vor noch jagt tatsächlich ja kann ja ne passt schon nicht da war gerade drei ach was ist kaputt gemacht kann man gleich eine kurze pause machen die pause pause gibt es nicht ja dann stellt mich einfach auf wo ist denn das haus da ist ein witzschwein da wo du es hingebaut hast da ist das pet die fracht von eddie fracht ich würde sagen die macht von der kinsch hier bei der macht von kreyskull was für ein fies mein großes kennst du nicht für die republik er kennt nicht so ich bin ich bin also es muss tatsächlich einer musste zins sammeln einer müsste kupfer sammeln gehen wir bräuchten einen wagen wenn das schon geht am besten dafür man kann den wagen kraften der junge kennt ihr hört hat gibt es ja nicht ja wagen automobil würde tatsächlich bauen wenn er nichts dagegen haben mir ist aber egal ich kann auch packen gehen jemand anderes benutzt das geht ja mal ja nicht schnell würde ich mal so sagen so zehn holz ich brauche holz ich brauche holz ich brauche holz alter du hast mich rausgecatcht ich habe es nicht fertig gemacht so nicht ne keule nicht alter hier ist ein grauzwerg drin zerstör mal die einrichtung ok oh der rab ist schon wieder da will er denn hin das geht hier gar nicht der war oder ab ich würde nicht feischlingen nennen sonst bist du neuer töter als tot so mineralienabbau ach so die zerlegen übrigens das gebäude wenn wir nicht da sind und die uns angreifen bei der weg jetzt der haut beispielsweise gerade uns gegen stück der kollege mach den mal kaputt wie wie was hast du gemacht hä warum was ist das alles aua ja dann komm lass schlafen gehen lass doch erstmal schlafen gehen okay will einer irgendwas gar nicht tun hohn 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 ich werde mir zinn und kupfer holen mach dir mal die tür zu weil man sonst beobachtet wird mach jetzt die tür zu wir benötigen feuer in der nähe ich kann nicht schlafen mein bett ist zu weit vom feuer weg ja dann komm zu uns wie denn soll ich dir ein neues bauen ja bitte ich will aber in die mitte kannst du gerne tun wir können ja tauschen alles weg machen verschiebt mich doch bitte nicht entschuldigen sie ach hier abreißen oder ja genau ja bitteschön achso mitte dann nehme ich das achso du musst das neue bett um den schlag nehmen dann kann ich deins nehmen hast du ne schon spät toll ich sag immer noch keins hab ich zwei jetzt hat er zwei das geht doch gar nicht ich glaube das geht gar nicht hohohohoh dann macht er kurz Prozesse brauchen wir jetzt mein eigenes so meins du kannst um diese Zeit nicht schlafen wir schlafen doch gerade ey aber du kannst um diese Zeit nicht schlafen wir packen zum Bebel und ich jetzt wir liegen doch ja ich äh es wird eh grad wieder Tag wir können aufstehen ja wahrscheinlich kannst du deswegen nicht schlafen das ist naheliegend so ähm ich bin schlau ne ja ganz schlau was wollen wir jetzt machen also erstmal würde ich sagen gib mir mal bitte das ganze Fleisch Fleisch hier damit ich das braten kann 20 28 Stück du Spaß ja thank you und hier nochmal 3 Schwänze und nixen danke die hab ich gekriegt warte ich äh ja ich meine Schwänze unser Staubsauger stand im Weg hier ja dankeschön ja bei Schwänzen der kam der kam aber äh das ziemlich lange gebraucht so Kinders Arbeitsaufteilung guck mal der Hugin ist wieder da der sitzt hier auf unseren ähm Bienenstecken achso man kann jetzt hier übrigens mit habt ihr schon euch die Spitzhacke gecraftet ja oder? natürlich man kann jetzt dann nämlich das also jetzt können wir dann Gelände abtragen also auch so abtragen trage jetzt Gelände ab und dabei Simon hallöchen ich geh Kupfer ich geh Kupfer und Zinn holen wo sind unsere wo sind unsere Riker macht Kupfer und Zinn äh ich würde upgraden tatsächlich mal innen drin ja ich koche hier gerade noch oder möchtest du das tun wo ist denn der Gewalt der Wälder wobei upgrade können wir erstmal wenn wir dann Dings haben ähm wir brauchen Surtlingkerne dann erst und ich brauch den Wald der Wälder also den Dunkelwald den Dunkelwald den Dunkelwald Dinkelmond ach ich brauch Fleisch hat jemand Fleisch Vater Bahne gut gib mir mal ein Stückchen ab das brauch ich nämlich für meine Jagd das hier behalten wir mal das hier behalten wir mal das hier kann weg in der ersten Kiste liegt auch noch sechs Fleisch übrigens also rohes Fleisch mhm als ich es gerade gesehen habe na guck mal hier ist gegartes Fleisch scheiße ich dachte ich nehme euch einen schnellen Weg ich komme hier nicht mehr raus Julio er hat es kaputt gemacht ich komme nicht mehr ich komme wo ist denn Dunkelwald da hinten oder wahrscheinlich ich komme nicht mehr raus ich komme ich komme ich komme hier nicht mehr das darf doch nicht wahr sein alle trotche Assshit erstmal reparieren ich dachte ich ne komm wir reiß die Hütte wieder ab ich da ich ne mal den Schnäppenfick oh raus da jetzt ich 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 ach der jetzt stirbt er ach me ach me so lustig ja du findest vieles nicht so lustig ja ach warum ja du bist halt aber auch verklemmt oh das ist wirklich mal jetzt hin du findest nur die gemeinen Sachen lustig aber wenn es dich betrifft dann findest du es auf einmal nicht mehr so lustig naja zwei fleischstücke sind jetzt schon mal weg die hättest du da vorher nochmal abnehmen können nein die kann man nicht mehr abnehmen man kann übrigens wenn man den holzkohlemeiler jetzt nicht gleich am Anfang baut kann man die kohle nehmen und damit feuern also man kann mit fleisch dann das dementsprechend heizen ich brauche immer noch fleisch sonst esse ich hier gleich honig wo hast du den dunkelwald gefunden links oder ich weiß nicht mehr ich bin doch hier am suchen für eisen und so wir brauchen eh zwei die suchen sonst dauert das ja ein halbes jahrhundert wir lassen doch gleich zusammen gehen ich brauche jetzt erstmal fleisch da ist doch schon julio ich habe mir nur eins genommen da ist doch schon fleisch hä wo ist denn da jetzt das ganze fleisch hin ich habe eins gelegt erst sieben fleisch habe ich mir gerade genommen ich habe dir mein ganzes rohes gegeben das waren 28 Stunden ich brauche irgendwas zu essen Guybrush du rennst in die falsche Richtung ne richtig ich bin hier im dunkelwald gleich ja ja aber ich hab doch gesagt dass ich äh wir das zusammen machen jetzt stehe ich im dunkelwald das dunkelwald wieder machen wir machen ne es ist die afghaa das weibstück Blaubeere yeah achso Karottensamen immer mitnehmen die brauchen wir dann später ja ich hab schon ein paar Karotten hä ich bin mal gespannt wann der erste troll auftaucht achso und Dungeons auf der Karte immer markieren aber ich glaube man zieht ah man zieht es ja eh nicht das ist finde ich doof tatsächlich dass man die nicht teilen kann ja aber man selber weiß ja was das ist ne oh ich habe Skelette gefunden das ist auch gut ich bin immer nur Krautzwerge on mass aber warum rennt denn der weg hallo ich hab den gen... muss ich... muss ich mich verarschen ich bin... rexviech sooo dann halt so ich brauch wieder Bären hast du Bären? hast du Graz? ich hab... ja es liegt hier überall rum weißt du... da kann ich eh nix für ach warte wenn ich schon mal an dieser komischen Ruine bin dann kann ich auch mal gleich nachgucken was da drin ist hier ist nirgends Kupfer we need Kupfer we need de Kupfer hast du de Kupfer? auch kein Kupfer das gibts ja gar nicht oh da oben ist einer mit Swerg normalerweise stolperst alle 3 cm ich bin gespannt wer den ersten Troll findet na du hoffe nicht wobei ich hab Feuerpfeil das geht eigentlich super aua ich wurde zerstört von dem Skeletten wo ist er denn? da ist er doch wie weit ist denn der weg? ok er hat sich bewegt ach komm an dem Bergkämpf ist völlig beschissen was geil ist wenn der Loot dann den kompletten Berg einmal runter rollt ja können wir Kiefer schon fällen oder? ne glaub nicht mit Bronze so ich hab 5 Knochenreste oh damit kannst du den Knüppel upgraden glaub ich sogar ja mach ich ja auch naja da war nirgends sterben tue ich gerade weil ich kein Fleisch mehr habe schlecht ich bin dir gar nichts in dem Dunkelwald nicht mal Kupfer gibt's nicht ist das hier Kupfer? das gibt's doch nicht hier muss doch irgendwo Kupfer sein hier ist Kupfer oder? yay ein Kupfer vorkommen beim Arsch der Welt ey guck mal neben dir ich bin neben dir das hast du auch schon Kupfer gefunden zufälligerweise? ne ich wollte erstmal zu dir rennen ich hab hier jetzt das erste also hier Spatte bleibt mal stehen ja ich hab jetzt schon auf Kupfer rum aber wir brauchen auch eh Zinn so ich hab's gekillt sag ich jetzt mal so wird end so Kupfererz gefunden zwei Stück so kann ich mich nicht mehr bewegen hast du irgendwie einen Pilz oder irgendwie eine Erdbeere oder so? ja ja ganz viel was willst du denn? eine App wäre hier auf jeden Fall keine Blaubeere genau vielen Dank awesome komm weg da ich helfe so da bin ich wieder Bb dankeschön Bb dankeschön ja bitte oh so nett heute also jetzt was was ein Pflaumenkuchen anrichtet was? du hast doch bestimmt Pflaumenkuchen jetzt reingehauen oh Schamane au nein kein Pflaumenkuchen nein Hilfe du kriegst das schon hin nicht der Schamane hat mir ziemlich zugesetzt da kommen die nächsten ah diese ich will mein Schild wieder haben und mein Schwer so ne Kacke kommen da noch mehr? bist du gestorben oder was? ne ja auch fast diese blöde Schamane mit dem 1er Knüppel ist er doch ein bisschen geknackt wir hacken wir hacken wir hacken wir hacken wir hacken den ganzen Tag und sie dann hacken nicht ich find's gut ich find's gut dass das was du abbaust rechts runter rutscht und dann geht's der Staubsauger wieder ja 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 weil der Hugin da unten rechts wieder sitzt achso weg ich will hier keiner da ich muss gleich mal die Menilator an mache ich ja was macht ihr eigentlich gerade? äh Kupfer abbauen Upsa okay wir brauchen dann noch Zinn und dann brauchen wir einen Schmelzofen das heißt wir müssen einen Dungeon finden mit Assertlingkernen wie viel Kupfer hast du? ich hab acht im Moment ich hab elf jetzt ja sehr schön wollen wir vielleicht mal weiter damit wir noch ein bisschen Zinn mitnehmen können oh ja ja Zinn müssen wir ja ans Wasser genau bevor wir äh Dings äh Wasser ist direkt vor uns bevor wir nicht mehr tragen können und weißt du verstehst du was ich dir sagen will nicht so ganz oh hier ist ein ähm Beut Rest Dungeon Mauer ne Mauer nennen wir es Mauer nennen wir es Hu Hu Aua ne Mauer ich glaub ich flieg gleich wieder raus da ist ne Dings äh ne Trollhöhle glaub ich Riker Trollhöhle Trollhöhle okay ich komm komm ich komm nicht ich muss erst mal auf den Server Gott du bist da hinten ich guck mal kurz rein weißt du äh ab und zu die können leer sein tatsächlich wenn wir Glück haben ist sie leer nein die ist nicht leer tschüss tschüss eh wieder Trollhöhle gefunden Trollhöhle leider nicht leer markieren wir auch gleich mal ähm nehm man hier Trollhöhle Trollhöhle nur bei ihm rein lunsen ja rein lunsen reicht ne das tatsächlich also Troll auf Troll im Wald kein Thema weil die die treffen einfach nicht Troll in der Höhle ganz doof zwei Sterne Troll in der Höhle noch döfer okay ja doof Döfer am döfersten hm es gibt jetzt mal ohne Witz es gibt ne Steigerung von doof doof ist es ein Troll in einer Höhle aber schlimmer oder Trollhöhle ist es wenn ein zwei Sterne Troll in eine nein heißt es nicht Trollhöhle doch es ist Trollhöhle ne genau so wie tot wenn ich schaue es ist Trollhöhle dann ist es Trollhöhle Alva bipps nochmal nein am totesten wie ist man denn am totesten was macht ihr da äh Dinge das würd ich auch gerne wissen ich bin überladen ich schwör das ja auch nur ich koche zuhause ich will aber nichts wegschmeißen aber ich eigentlich die Frauenarbeit hier ach guck mal hier sag mal mal hast du noch Platz ne du hast auch keinen Platz ich hab keinen Platz mehr Riker ich gehe heim aber hier liegt äh Zinn ich bin voll so jetzt kann ich mal die Kraft hier nutzen dann gehts nach Hause nach Hause da sind wir dabei das ist super aber wir haben immer noch keinen Dungeon gefunden ja da wäre ich auch gerne dabei ja Coloni was oh ne Höhle keine Zeit für die Hirsche da ja ja das ist die ganz gerne mal rein da ist der Troll drin dann geh ich da wohl nicht rein wa ich hab immerhin schon einen gelben Pilz oh Skelett oh das wird ein helliger Kampf oh wobei ah ich hab einen Dungeon gefunden Dungeon ich hab keinen Platz mehr ähm ich hab gar keinen Platz mehr das ist schlecht ähm jetzt wieder Platz ne Ciao Steine ach guck mal die versuchen mich zu sch- die schießt auf mich die sind ja niedlich die ist wieder süß ja geil das ist gut wer ist süß die Skelette die auf mich schießen der schießt da oben nur einen Berg rein ich hab die schon gekriegt die sind lustig ne soo oh nre das ist mir in den Arm gelaufen oh oh Troll schnell weg warst du in der Höhle oder ist außen einer nein das ist ja außen oh das ist schlecht bringst du mir das nicht mit ne ne ich versuche zu fliehen aber ich hab keine Ausdauer ich finde die Überfälle ganz cool die immer wieder sind aber aber schön ist wenn wenn du es gar nicht gebraucht hast und gerade eine Hütte wieder neu aufbaust nachdem du den zweiten Boss gekillt hast und sie komplett vernichtet worden ist und zwei Troll auf einmal in einer Basis spawn ist super da können wir auch ein Liedchen von singen ich hab jetzt sehr viele Schimpfwürde in diesem Moment benutzt welche denn? äh Mumpitz Mumpitz ist gut so ich bin erfolgreich nach hause zurückgekehrt mit den Taschen voller Kupfer ich komm zurück Hallöö und Zinn willkommen back so und Zahmen und Steinen und Fällen und Dönsen und so Zeug oh kann ich meinen Knüppel upgraden? das wäre tatsächlich aber gar nicht so Coiler upgraden das wäre ganz cool ich werde sicherlich gleich schon wieder verschw- so da die ich ziehe gleich mal von dannen in das Dungeon wieder beendet was? naja nach 30 Minuten was? zu sagen ah schön dass man nach einer Stunde mal wieder aufhinfällt die Folge zu beenden und mich wieder keiner gewarnt hat ich hab's ja jetzt gerade gemacht oder? ja mehr indirekt wenn ich nicht dann dann aus den also die